In dieser Folge werden wir Ian Blake, den wahnsinnigen Befehlshaber von Sentinel, entführen, ihn dazu zwingen, die letzte Firewall der KI auszuschalten und ihn anschließend töten. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Laut Missionsbeschreibung wissen Sentinel Befehlshaber in dieser Region, wo sich Ian Blake aufhält. Also fragen wir doch einfach mal ganz höflich. Whee! Fallschirm automatisch geöffnet. Schade. Was haben wir denn hier? Eine Hüte. Oh, das ist ein Arm- und Verteidigungsgebiet. Ist vielleicht nicht unbedingt so günstig, hier zu landen. Aber hey, die wollen wir nicht. Sollten hier, ja hier sind Infos. Einmal untersuchen bitte. Profilinfo, nur wenn es sonst nichts ist. Hier sollten aber eigentlich laut Map auch noch zweieinhalb tausend Scale-Credits rumliegen. Wo sind die? Da. Wunderbar. Oh, ich bin gar nicht hier. Verachtet mich nicht. Lalalala. Ich bin gar nicht hier. Dort hinten finden wir doch ganz bestimmt den einen oder anderen Befehlshaber. Was haben wir hier unten? Oh, ich höre Wulfs. Da. Die lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Ich liebe Wulfs. Die schmecken ganz besonders gut mit Ketchup und Mayo. Oh, scheiße. War mal wieder typisch. Ah, lecker. Kein Geld dabei. Arme Schweine. Oh, zwei optische Linsen. Normale Menschen sagen dazu auch Brille. Ähm. Okay. Ich weiß zwar nicht, wie die Drohne da unter den Buggy gefallen ist, aber hey. Tut mir leid, aber ihr bewacht leider mein Boot. Ja, was ist? Kommt er oder kommt er nicht? Los, Vasili. Ein bisschen schneller. Ich lege mich mal eine Runde hin. So, schauen wir doch mal, wo wir hier rankommen. Hier über dem Parkplatz sieht ganz gut aus. Was haben wir hier? Ein Funker. Der muss weg. Funker ausgeschaltet. Oh, wie nett. Schau mal, da ist direkt einer. So ein Zufall. Hä? Nix da. Nix da, nix da. Lalalala. Ganz ruhig. Chilt eure Nuggets. So, dann fahren wir mit ihm. Ein kleines Waldstückchen. Sehr geehrter Sentinel-Kommandant. Möchten Sie uns sagen, wo sich Ian Blake aufhält? Schöner Tag, nicht wahr? Sag mir, wo ich Ian Blake finde, sonst endet der Tag alles andere als schön. Ich hab dir alles gesagt, was ich weiß, ehrlich. Du hast überhaupt nichts gesagt, Lügner. Immer diese elenden Lügner. Er wurde zuletzt in der Region Silent Mountain gesehen. Alles klar, Silent Mountain. Da unten. Da unten. Ihr wisst, was das heißt. Wir sehen uns dort. Wir sind jetzt in Silent Mountain. Oder besser gesagt, auf Silent Mountain. Und Sentinel-Soldaten in dieser Region sollten Informationen zu Ian Blakes Aufenthaltsort haben. Und hier haben wir ein taktisches Depot. Oh, aufgewertete Waffenteile. War da nicht was, was mir gefehlt hat? High-End-Waffenteile. Schade. Dann suchen wir uns hier mal ein paar Sentinel-Soldaten. Da, guck mal da. Da drin vielleicht irgendjemand Infos? Amra, es ist... Ja, natürlich. Das war auch Absicht. Hast du Infos? Nein, hat er nicht. Schade. Okay, da kommen wir nicht hoch. Dann fahren wir eben mit dem platten Reifen da hoch. Wir sind jetzt übrigens hier auf dem Mount Captain Cook. Hier haben wir... Keine Ahnung, was das ist. Aber irgendwas haben wir hier. Und dort wird bestimmt Sentinel-Soldaten mit Infos geben. Blatter Reifen, scheiß Gerhard. Mama, sind wir bald da? Warum liegt da überall Schnee? Nur auf der Brücke nicht? Oh, shit. Oh, wir sind vorbeigefahren. Halt! So, Straßensperre etabliert. Ja. Ganz genau. Neues Auto. Wow. Ich will da hoch. Nein, nicht wieder runter. Brauch Schneeketten. So, geht doch. Dann schauen wir doch mal. Wer hat hier Infos? Du nicht. Der hat Infos. Ganz normaler Schützer, oder? Sonst macht jemand mit Infos? Da vorne. Direkt am Eingang. Das ist sehr gut. Gut. So, wir haben ein paar... ...identifiziert. Könnten wir jetzt hier mit dem Fallen schauen. Aber erst würde ich gerne... ...durch die Kameraden... ...wobei, nee, ist gar nicht so gut. Ich leiche mich besser vorbei. Ich leiche mich besser vorbei. Denn unsere Kameraden hier... ...die haben ja das Talent... ...die Raketenwerfer schützen... ...in die Luft zu jagen. Auf geht's. Ne, 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 nicht schon wieder... ...dieser blöde Bug. Diesmal hatte ich immerhin... ...genug Zeit, um noch abzubrechen. Ja, ja, alles ruhig. Kein Ding. Bin gar nicht hier. So, kann ich den rauslocken? Bestimmt. So, du geh... ...wenn's geht... Ach toll, hier seh ich nix. Abbrechen. Ne, oh. Hat er natürlich nicht bemerkt. Schauen wir mal, ob da... ...sonst noch irgendjemand ist, der den sieht. Da. Und der Schaf... ...nein, der Raketenwerfer-Schütze kommt wieder. Lassen wir kurz warten. Oder tatsächlich noch mal versuchen, wegzulocken. Ja, das war ja klar. Das war so klar. Ja, guck mal eben nach, was das war. Genau. Lalalala. Was muss der sich auch immer... Ich auch. Okay, ich riskier's. Okay, greifen. Und weg. Nice. Ich brauche mehr Informationen. Los. Kacke, ich schwöre, ich weiß nicht mehr als das. Nun, das ist schade für dich. Seine Basis ist auf dem Avalanche Peak in der Region Silent Mountain. Also hier. Sentinel-Soldaten in der Basis könnten mehr wissen. Da ist... ...Solitary Peak. Evalanche Peak da hinten. Gut, hier gibt's ein Heli. Ich würde sagen... ...wissen wir, wie wir hinkommen. Bin ich da? Hihihihi. Noops. Tschüsschen. Und zwar war das Richtung Osten, oder? Nee, Westen. Ist das hier? Ja, genau da vorne ist es. Wie sieht's denn da so aus? Da ist ein großes Gebäude. Und ein hohes Gebäude mit einem Sniper drauf, so wie's aussieht. Bauen wir doch mal, ob wir dort bei dem Scharfschützen landen können. Ohne, dass der uns sieht, natürlich. Oh, war das knapp. War das knapp? Leck mich am Arsch. Achtung! Aufgepasst! Oh! Lasst euch mal! Weiß! Nachlässigkeit! Der Ober! Der Oberkmal! Wo ist der Scharfschütze hängen? Noch weniger kann ich los sein. So einfach rein! So, Ian Blake ist also zufällig genau in diesem Gebäude. So, der Scharfschütze guckt noch da. Nach Norden. Und da hinten ist auch noch eine Kiste. So. Oh, natürlich. Zack. Gib nicht so ran. Ah, natürlich eine Waffenkiste. Die bringt uns nix. 1911. So, was müssen wir mit Ian Blake machen? Verhören natürlich. Entführen. Er muss ja immerhin die letzte Firewall der KI deaktivieren, damit Christina Cromwell sie entpacken kann oder runterladen kann oder was auch immer. Wobei runtergeladen ist sie, muss nur entpackt werden. Geht es so rein? Perfekt. Oh Gott. Damit habe ich nicht gerechnet. Alter, steht da ein Minigunner im Büro in der Ecke. Wie so eine Stehlampe. Wo ist Ian Blake? Er steht da. Er steht da. Nein. Boah. So. Ja. Denke ich mir. So, dann schieß mal los, Ian. Wenn du weißt, wer ich bin, weißt du auch, was ich brauche. Und dass ich nicht zweimal frage. Ich habe nichts gesagt. Eskortieren Sie Ian Blake. Wenn ich den jetzt niederschlage, ist die Mission lang gescheitert. Ich müsste mich aber auf jeden Fall heilen. Doch. Scheiße. Ich muss... Gut, ich kann wieder aufheben. Ich muss mich heilen, auf jeden Fall. So. Wir haben hier ein paar Probleme. Ich gehe mal ins Treppenhaus. So, dann warten wir mal. Komm raus! Habe ich Sensorgranaten? Zufällig. Ja. Ist da jemand? Da, da unten sitzen zwei. Schnappen wir uns die doch mal. Schnauze. Ich muss mich konzentrieren. Boah, Alter. Da sind auch noch zwei. Kommen jetzt rein. Der Heli ist immer noch am Himmel. Habe ich noch eine? Ja. Kommt einer abgerannt. Zwei haben wir noch. Da vorne. Kann ich ja nur schießen. Schauen. Wo rennt der hin? Jetzt rennen die weg. Erledigt das, bevor wir alle tot sind. Werdet alle tot sein. Her. Also, Third Person mit dem Laser ist echt nicht so einfach. Ist das ein Feind? Ist das ein? Ja. Und zwar der Funker war das. Es wäre da was. Hat mich gesehen. Da ist noch ein Mörser auf dem Dach. Moment, ich habe doch noch das hier. Da. Generator. Das war die Sache mit dem Mörser. Ich lege jetzt mal eine Mine da hin, wenn ich eine habe. Sehr gut. Wo schießt er? Wer schießt er? Und wo schießt er? Psst. Alter. Wie hart kann man da, wie hart kann man da neben schießen? Was ist? Hast du irgendwas gesagt? Ne, dachte ich mir. Eine neue Mine, bitte. Das ist eine männliche Mine. Eine Herr-Mine. So, entweder ein Feind mehr da oder... Oh, guck mal, da gibt es Kleidung. Was gibt es denn hier so? Aufsatz, ein erweitertes SSG, Sturmgewehr, Sturmflinte? Das ist eine SSG. Ein Scharfschützengewehr. Dann weiter zum Scharfschützengewehr-Magazin. Und Gummihandschuhe. Gut, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Na, schau mal einer an. Ein Scharfschütze. So, dann... Lieber Ian, dann kommt doch mal mit. Wobei, das Nieb nehme ich zurück. Ah, scheiße, wenn man so verletzt ist, ne? Äh, hatte der gerade meine Waffe in der Hand? Sah so aus, ne? Sollte hätte er meine Waffe in der Hand... Und würde... Hätte sie... What the fuck? Warum kann ich mit meinem kompletten Team über diese Mine laufen? Warum explodiert diese Scheiß-Mine, wenn ich einen Gegner auf den Schultern habe? Na ja, er hat sich besser verdient. Schauen wir mal, wo der letzte Checkpoint war. Toll. Jetzt sind wir natürlich hier unten an der Basis um müssen und durch die ganze Basis. durchkämpfen. So, an der Basis... sind wir wieder. Müssen wir schauen, dass wir uns hier durchkämpfen. Oh, scheiße. Au. Was? Ich habe... Ich habe Plague überhaupt nicht. Ich hätte Plague gern, aber... Ich habe ihn leider nicht mehr. Ich lege jetzt auch keine Minen mehr. Ja. What the fuck. Was? Scharfschütz... Wo denn? Wozu Hölle ist denn Scharfschütze? Achtung! Nicht auf den Weg, Schiller! Oh, und ob wir da einen Bug entdeckt haben? Ja. Hörtlich. Ich habe nicht kaputt erledigt. Ah, dann gucken wir, wer da kommt. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Na komm rein. Kommst da rein, kannst rausschauen. Oh, oben sind ein paar. Dann gehen wir wieder zurück. Da hat unser Team wohl schon gut aufgeräumt. Ich fühle mich ein bisschen überfordert, aber nur ein bisschen so dezent. Der überzieht auf uns! Da hinten leer! Wow, Respekt! Ja, ja. Würdet ihr nur halb so gut schießen wie ich. Das war schlecht. Oh, scheiße, ich habe keine Spritzen mehr. Habe ich noch andere Spritzen? Nein. Das ist schlecht. Hätte sollen nach dem unrühmlichen Minentod nochmal sollen zum Biwak, um nochmal neue Spritzen zu kraften. Habe ich natürlich nicht getan. Wo sind die? Ganz ehrlich, wo sind die? Ah, guck mal an. Au, au, au! Scheiße, scheiße! Nein, nein, nein! Ich darf nicht verletzt werden. Unten gibt es noch Infos. Oh, hey. Verdammt. Kann ich mich damit ein bisschen heilen? Ja, gut. Immerhin. Da geht es noch weiter runter. Da ist ja Pitch Black da unten. Eine Waffenkiste. Was sind die? Ach, hier sind wir jetzt wieder. Ach, schau mal an. Okay, der eine ist auf jeden Fall in dem abgeschlossenen Raum. Hey, kein Grund zur Sorge. Ich bin auf der Suche nach diesem Ort. Hier sollten Sie fündig werden. Danke für die Unterstützung. Dankeschön. Ich habe ja die Hoffnung, dass in dem abgeschlossenen Raum noch ein paar Heilspritzen rumliegen. Okay. So, und was liegt hier rum? Simultanschussdrohnen. Dieses Lichtsystem hier in dem Spiel, ne? Das ist der Wahnsinn. Du siehst einfach gar nichts in solchen Räumen, in solchen Gebär. Er zielt hoch. Ach stimmt, oben ist ja auch noch Ian Blake. Ah, guck mal an. Noch mal zweieinhalbtausend Skrets. Ach stimmt, da ist ja auch noch der Minigunner drin. Ich würde ja vermuten, dass sogar sobald wir Ian Blake haben, dass da neue Wachen spawnen. Wundern würde es mich auf jeden Fall nicht. Hier gibt's Obst und Gemüse. Aber keine Heilspritzen. Es wird schon langsam dunkel. Keine Minen legen. Da draußen ist jemand. Bleib zusammen. Bleib zusammen. Wie unnötig ist der Raum denn? Keiner darf überleben. Kapiert. Reiß, Ghostly. Feinkontakt, Feuer! Boah, geschafft. Wenn du weißt, wer ich bin, weißt du auch, was ich brauche. Und das ich nicht zweimal frage. Okay, schon gut. Schon gut. Das Steuerprogramm ist mit einem Biometrie-Scanner abgesichert. Wo ist es? Auf der anderen Seite der Basis. Du hast doch nicht im Ernst vor, mich da hinzuschleppen. Los geht's. Ach, ein Heli. Eine Pistole gegen Heli. Einmal ausschalten, bitte. Gut. Der Heli hat keine Schützen mehr, dann haut er ab. Früher ist der Heli einfach gelandet, wenn er keine Schützen mehr hatte. Einfach gelandet und ist dann ausgestiegen. Der Pilot. Kriege ich den da hoch? Da rein also. Da waren wir doch gerade drin. Na gut. Die unterste Etage. Also der Kellerraum, der kam mir gleich ein bisschen verdächtig vor. Aber dann schauen wir doch mal, was jetzt passiert. Hör mal. Einigen wir uns. Ich kenne Geheimnisse. Viele Geheimnisse. Was ich dir alles über Js Kell erzählen könnte. Gib mir Zugang zum Drohnensteuerprogramm. Wärst du an Schmutz über Walker interessiert? Du schaltest jetzt das Programm frei. Okay, schon gut, okay. Aber ehrlich, du musst größer denken. Silverback! Was soll denn die Scheiße? Wir sind's leid, dass du durch unsere Schlüssellöcher guckst, Blake. Ich kenne wohl die Freunde aus. Du musst mir helfen. Bitte hilf mir. Ich kenne wohl die Freunde aus. Ja, du musst mir helfen. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Da hat er geguckt. Kann ich nicht mehr da rein? Schade. Gern auch ein paar Kugeln in ihn versenkt. Aber dann geht es also wieder zurück zu Frau Dr. Christina Crumwell. Dann sehen wir uns gleich bei Frau Dr. Christina Crumwell. Christina, ich bin zu Hause. Das Steuerprogramm ist freigeschaltet. Ja, wir haben schon mit der Arbeit begonnen. Wird das Extrainieren lange dauern? Es ist ein sehr großes Programm. Aber das ist nichts im Vergleich zu der Sinfonie, mit der wir es bei Projekt Deus zu tun haben. Jetzt geht das wieder los. Ich schäme mich nicht dafür, die Menschheit optimieren zu wollen. Ich bin nicht sicher, ob die Menschheit optimiert werden will. Wie kommen Sie bitte darauf? Ich habe es gesehen. Wenn jemand die Welt retten will, kommt immer ein anderer und wirft Sand ins Getriebe. Gottverdammt, Cole. Der Junge hatte einflussreiche Freunde. Sind wir hier, um die Welt zu verbessern? Oder um befördert zu werden? Ich dachte immer, sie hätten keine Manieren. Aber sie sind nur ein Arschloch. Sir, der Lieutenant war außer Kontrolle. Er war psychisch labil. Eine Gefahr für uns und die ganze... Wer waren Sie mir denn, scheiß Nomad? Hätte Lieutenant Vaughn die Zivilisten nicht getötet, würden sie beide in einem Loch in Leavenworth verrotten. Sie wussten schon immer, dass er völlig nutzlos war. Alle beschwerten sich über seine schlechte Arbeit, eine miese, anmaßende Art. Sie dürfen niemanden töten, weil er schlecht in seinem Job ist. Wir sind hier, weil wir eine Aufgabe haben, Sir. Würden Sie den Einsatz aufs Spiel setzen? Würden Sie unsere Leben riskieren, nur weil sein Vater Senator ist? Das geht zu weit, Walker. Was werden Sie tun, Sir? Klagen Sie mich an. Sicher, dass es das wert ist? Hier geht es um das Richtige. Das Richtige? Die Ermordung eines Offiziers der United States Army, ist das Richtige? Es ist richtig, einen inkompetenten Spionageabwehroffizier vom Schlachtfeld zu entfernen. Für wen, verdammt? Es ist richtig, unseren Einsatz vor einem privilegierten Bengel zu beschützen, der mehr Schaden anrichtet als der Feind. Colonel, Sie können nicht einfach... Es ist wichtig, sich für etwas einzusetzen. Wenn man einen weinerlichen Heuschler zum Boss hat, einen Mann ohne Eier, einen Mann ohne Vision. Walker? Ganz ruhig. Hören Sie auf Ihren Freund, Colonel. Sie sind Ghosts, aber Sie sind nicht unantastbar. Ich ertrag diese Scheiße nicht mehr. Warum arbeiten wir für diese Arschlöcher? Denen ist egal, wie hart wir arbeiten, die haben ja nicht mal eine Ahnung, was wir überhaupt tun. Hör zu, ich bleib, weil wir versuchen, das Richtige zu tun. Korrekt? Nicht unter diesem Kommando. Gottverdammt, der scheinheilige Wichser! Ihr seid die Pest am Arsch der Welt! Du willst das Richtige tun, aber das geht nicht. Hier nicht. Sind Sie jetzt endlich fertig? Ja. Ich denke, das bin ich. Walker hat Generäle kritisiert, die Zivilisten geöpfert haben. Und jetzt tut er dasselbe. Sowas würde ich niemals tun. Projekt Deus soll das Ende der Menschheitsgeschichte sein, oder? Der Anfang des Transhumanismus? Was Sie mit einer Technologie vorhaben und was dann tatsächlich damit passiert, das sind auf zwei Paar Schuhe. Wir bestimmen unser Schicksal selbst, Nomad. Ich versichere Ihnen, Projekt Deus hat sehr strenge Wertmaßstäbe. Ja klar, ganz bestimmt. Wenn Sie an unseren Standards zweifeln, Cromwell, sollten Sie sich uns anschließen. Das passt alles hier drauf? Das ist ein DNA-Datenträger. Da würde die ganze Kongressbibliothek drauf passen. Viel Erfolg. Wir können uns gegenseitig helfen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Zeit haben. Nun, das war heftig, aber jetzt wissen wir wenigstens warum und wann ungefähr Walker sich von den Ghosts abgewandt hat. Gut. Zurück zu Skel. Hey Superherrn. Wir haben die KI. Maddox ist... interessant. Sie ist beeindruckend, nicht wahr? Wir... haben gehört, Sie hatten Probleme da draußen. Naja, sagen wir mal, Sentinel hat einen kleinen Rückschlag eingesteckt. Dafür geht's den anderen wieder besser. Sehr gut. Sie haben ja keine Ahnung, wie sehr uns dieses Stück aus Metall, Plastik und Silikon helfen wird. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Einsatz abgeschlossen. Das hat echt verdammt lange gedauert. Also bleibt für euch nur noch zu abonnieren, kommentieren, liken, teilen und alles was es sonst noch so gibt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.